Herzlich willkommen, ich bin Matthias Maglosky, wie man hier gut lesen kann. Ich bin Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto-Vangier-Universität in Magdeburg und schiebe einen kleinen Disclaimer von vorne weg. Ich bin kein Didakt, ich bin höchstens Autodidakt auf dem Gebiet der Hochschulldidaktik. Ich bin von Herzen aus Ingenieur. Deswegen ist alles, was ich erzähle, vielleicht immer noch irgendwie so ein bisschen aus dem Blickwinkel eines Ingenieurs, aber das funktioniert vielleicht trotzdem ganz gut. Gut, so und ich würde gern starten mit einer kleinen Umfrage, auch einfach nur zu gucken, ob das mit diesem Umfragetool hier funktioniert in BigBlueButton. Mit der Schnellumfrage, ich habe da mal drauf geklickt. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Seht ihr, sehen Sie jetzt eine Umfrage? Alles klar, da sind wir bei ganz vielen Leuten, die gesagt haben, ah, du ist super, okay, dann werde ich versuchen, in dem Sinne zu bleiben. So, wie typisch vorneweg ein paar organisatorische Hinweise, kann man diese Folien haben? Ja, sehr gern. Den Link dazu habe ich schon in den Chat getan, beziehungsweise in die geteilten Notizen. Wie auch angekündigt, Aufzeichnungen, falls ein Kollege, eine Kollegin verpasst das, möchte sich das nochmal anschauen. Ich probiere das mal, ich kann es nicht versprechen, deswegen steht hier ein eventuell. Und Fragen sehr gern. Aufgrund der Aufzeichnung würde ich die Fragen, so wie das ja auch geplant ist, ans Ende verschieben. Ich habe so ein Tool zu diesem, oder einen Link zu dem Frag-Jetzt-Tool, zeige ich auch gleich nochmal in den Chat schon getan. Das ist dieser hier, wer jetzt flink ist mit dem Smartphone oder mit einem anderen digitalen Endgerät, kann natürlich diesen QR-Code scannen oder sich hier irgendwie rasch diesen Raumcode merken oder einfach in die geteilten Notizen schauen, da steht ein Link und da steht dieser Raumcode auch nochmal drin oder halt eben in den Folien. So, zu Beginn natürlich irgendwie ein paar Worte zur Motivation. Was für uns, zumindest an der Uni, so die große Frage war, ist, und hier sieht man wieder, ja, da kommt der Ingenieur durch, das Problem ist als Formel dargestellt. Also Prüfungen und eine Pandemie, die uns irgendwie verbietet, Sachen in Präsenz zu machen mit vielen Leuten. Wie passt das zusammen? Wie kann das funktionieren? Was ist da irgendwie die Lösung für? Und jetzt kann man sagen, na gut, die einfache Antwort wäre, wir nehmen halt einfach das Internet dafür. Also wir haben halt im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 20 Jahren, möchte ich mal sagen, ziemlich viele Sachen über das Internet abgewickelt. Also man kann da Reisen buchen, man kann da shoppen, man kann da Nachrichten lesen, man kann sich da mit Informationen versorgen. Warum soll das nicht auch irgendwie für Prüfungen funktionieren? Und die etwas kompliziertere Antwort ist natürlich vielleicht, ja, man muss ein bisschen out of the box denken. So wie hier in diesem Beispiel, wenn man irgendwie diese neun Punkte mit vier Linien verbinden will, funktioniert das nicht. Man muss mal aus der Box ausbrechen, wenn man die Linien so einzeichnet, dann geht das auf einmal. Also man muss mal ein bisschen um die Ecke denken. Und da gibt es einen schönen Spruch für, den hat mal Thorsten Dörks hier geprägt, damaliger CEO von Telefonica. Ja, wenn Sie einen schlechten Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen schlechten Prozess digitalisiert, dann funktioniert das immer noch nicht besser. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Prüfungen. Also wenn man jetzt halt irgendwie ein sehr antiquiertes, traditionelles, analoges Prüfungsformat irgendwie versucht, in die digitale Welt, ins Internet rüber zu retten, wird das vermutlich leider nur sehr bedingt funktionieren. Dann kommt noch sowas dazu, dass man sich auch generell überlegen kann. Und da werde ich in diesem zweiten Abschnitt hier oben auch noch so ein bisschen drauf kommen. Was wollen wir denn eigentlich mit Prüfungen erreichen? Oder wie sieht denn eigentlich die reale Arbeitswelt aus? Also gerade bei uns an der Uni ist es so, Prüfungen sehen häufig so aus. Hier Student, Studentin, setz dich mal da bitte für drei Stunden abgeschottet von der Außenwelt in den Raum, nur mit Taschenrechner, Zettel und Stift bewaffnet, ohne Internet, ohne Computer, ohne alles. Und löse bitte große ingenieurwissenschaftliche Probleme. Und die Herausforderungen in der Arbeitswelt sind natürlich eigentlich irgendwie ganz andere. Und das wäre ja total absurd, wenn irgendwie der Chef, die Chefin einer großen Firma so mit seinen und ihren Entwicklerinnen umgehen würde und sagen würde, ihr seid jetzt meine Top-IngenieurInnen, jetzt setzt euch mal aber bitte alle einzeln und nur mit Zettel und Stift bewaffnet da hinten in diesen dunklen Raum, ohne Internet und alles und entwickelt jetzt mal das neue, keine Ahnung, System für unser, was auch immer wir verkaufen. Das wäre ziemlich absurd. Also es kommt halt darauf an, natürlich, dass man Sachen alleine hinbekommt, aber es kommt auch darauf an, wie gut man mit Leuten zusammenarbeiten kann, wie gut man Sachen im Team löst, wie gut man auf den Erkenntnissen von anderen aufbauen kann. Und das ist halt das, was wir in Prüfungen irgendwie sehr selten abprüfen, in so traditionellen Prüfungen. Dazu kommen noch außerfachliche Kompetenzen, die man zum Beispiel in dieses 4K-Modell packen kann, kreatives Denken, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Es ist auch die Frage, ob und inwieweit man die bisher in Prüfungen abdeckt, wie wichtig das ist. Ich halte das für einigermaßen wichtig. Also gerade, wenn man in so sehr MINT-Fächern unterwegs ist, ist das, glaube ich, manchmal so ein sehr blinder Fleck, den man da hat. Und dann, wie schon angesprochen, eben das Internet. Also das ist jetzt da. Das wird auch nicht mehr weggehen. Das gehört zu der Lebenswelt der Lernenden dazu. Und es ist ziemlich absurd, das halt auszublenden in Prüfungen. Also so wie man vielleicht früher mal gesagt hat, ein Taschenrechner, du musst auch rechnen können, wenn du keinen Taschenrechner hast. Jeder hat immer und überall einen Taschenrechner. Jeder hat immer und überall ein Handy und Internet. Also das ist eigentlich die totale Ausnahme, wenn man das nicht hat. Außer vielleicht in gewissen Gegenden in der Altmark in Deutschland oder so. Aber das Internet kann man nicht aus Prüfungen rausdenken, wenn man mal ein bisschen in die Zukunft denkt. So, und dann ist noch so ein Punkt, will ich gar nicht viel Worte drüber verlieren. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, dann überwache ich halt Leute über das Internet. Wenn man da alles machen kann, dann sollen die halt eine Kamera zu Hause hinstellen, noch eine zweite vorne und hinten, noch eine dritte Kamera, die einen Raumschwenk macht. Und dann will ich ganz schlimme Software auf den Rechnern der Studierenden installieren, die auch ja nicht betrügen können, nur damit ich ja schauen kann, was da für Daten rein und raus gehen. Und das ist meines Erachtens der total falsche Weg, weil man damit natürlich das komplett falsche Signal gegenüber den Lernenden sendet, ihnen eigentlich zeigt, man vertraut ihnen nicht, man möchte sie eher eben überwachen. Und also das, was ich hier als Screenshot habe, ist eine Anleitung für eine videoüberwachte Fernprüfung, die bei uns ja unikusiert ist. Also man sieht 30 Seiten Anleitungen, die sich Lernende anschauen mussten, um irgendwie eine Prüfung zu absolvieren. Allein das ist halt ziemlich absurd. Also an was wird man sich als Studentin nach zwei Jahren noch erinnern? Keine Inhalte mehr aus diesem Fach, aus diesem Modul, sondern höchstens, ja, da war halt ein ganz verrückter Professor, der hat uns 30 Seiten Anleitungen zugeschickt für die videoüberwachte Fernprüfung. Und gerade im Ingenieurbereich oder wenn man halt sehr pfiffige Schülerinnen hat, sollte man sich nicht auf dieses technische Wettrüsten einlassen. Man versucht irgendwas zu unterbinden und dann überlegen sich die Lernenden irgendwie wieder einen Weg, dieses System zu umgehen. Okay, also nach dieser kleinen Motivation würde ich dann noch, ja, so einen, ich sage mal, kleinen Theorieblock mit praktischen Anhauchung hinterher schieben. Was sind denn eigentlich so Ziele, Chancen, Herausforderungen von Prüfungen überhaupt? Und dann eben, wie angesprochen, so ein paar alternative Formate kurz zeigen, eigentlich immer nur mit einem Bild und einem Link. Und wer da Interesse hat, kann da mal draufklicken später und sich einen Blogartikel oder ein Video angucken und da viel, viel mehr weitere Informationen erfahren, die ich jetzt in so einem 30-Minuten-Impuls überhaupt gar nicht alle erzählen kann. So, also schauen wir mal so ein bisschen auf Prüfungen als unbekanntes Wesen. Die erste Frage, und die kann sich natürlich jetzt mal jeder selbst irgendwie stellen, ist, warum wollen wir überhaupt prüfen? Und die erste Antwort, die mir so eingefallen ist, ja, das haben wir irgendwie schon immer so gemacht. Also als ich zur Schule gegangen bin, gab es auch schon Prüfungen und Klassenarbeiten, im Studium genauso. Und weil man halt dann irgendwie so in diesem Kontext sozialisiert worden ist, macht man damit natürlich irgendwie weiter. Dann ist natürlich klar, am Ende so einer Schullaufbahn, am Ende eines Bachelor- oder Masterstudiums, am Ende eines Schuljahres möchten die Lernenden Zeugnisse haben oder sie müssen Zeugnisse bekommen. Dafür müssen wir sie irgendwie bewerten, bepunkten, benoten. Das ist natürlich auch ein Grund, das mit Prüfungen zu machen. Dann möchte man natürlich als Lehrer, als Lernbegleiter, als Lehrerin auch mal wissen, wie gut hat denn das funktioniert, dieser Lernprozess. Einfach so eine Lernstandserhebung, Lernkontrolle machen. Und Lernende möchten natürlich auch sehr gern Feedback bekommen. Also was natürlich für sie auch eine Motivation sein kann, sich weiter anzustrengen oder sich noch mehr mit, noch intensiver mit gewissen Sachen und Fragestellungen zu beschäftigen. Und ja, wie auch immer ihr jetzt diese Frage für euch selbst beantwortet habt, ihr könnt ja nachher mal was in den Chat schreiben oder nebenbei, ich gucke da jetzt nicht rein. Aber das ist, glaube ich, erstmal so die wichtigste Frage, die man für sich selbst und in dem Kontext, in dem man da unterwegs ist, klären muss. Und dann kann man sich halt überlegen, okay, wie macht man das? So, dann habe ich mal versucht, so ein paar generelle Herausforderungen von Prüfungen und insbesondere vielleicht auch von Online-Prüfungen aufzuschreiben. Also natürlich muss eine Prüfung zu der Lernmethode und auch zu den Lernzielen passen. Das ist so dieses klassische Dreieck mit dem Constructive Alignment. Dann muss das natürlich dazu passen, wie viel Lernende habe ich. Also wenn ich irgendwie da nur jetzt bei uns an der Uni ein Mastermodul habe mit fünf Leuten, kann ich da ganz andere Sachen machen, als wenn ich ein Grundlagenmodul mit 500 Leuten habe. Dann will ich natürlich sicherstellen, dass ich auch die richtige Person prüfe und dass das auch, wenn es darauf ankommt, eben ihre eigene Leistung ist. Dann ist gerade in Online-Prüfungen noch Datenschutz ein Thema. Kann nur die, ich als Prüferin und die Lernenden jeweils auf ihre Daten da zugreifen oder sind die irgendwie öffentlich im Internet einsehbar? Rechtssicherheit ist ein Riesenthema. Das Fass will ich gar nicht aufmachen. Dann sollte der Prozess für alle Beteiligten insbesondere für die Lernenden natürlich klar sein oder für die Prüflinge. Chancengleichheit sollte gewahrt sein. Und bei Online-Prüfungen kommt noch so etwas wie Verfügbarkeit hinzu. Ist denn dieser Server oder das Datenverarbeitungssystem, über das ich das mache, ist da immer zugreifbar? Sind die Daten da sicher drauf aufgehoben? Nicht, dass da mal irgendwie Daten verloren gehen und so weiter und so fort. Dann so ein paar Risiken. Als wir an der Uni im größeren Kreis mal über Prüfungen und Online-Prüfungen und wie man das alles machen kann in der Pandemie diskutiert haben, viel häufiger mal der Spruch, man möchte den Studierenden ja nichts unterstellen, aber dass sie sich natürlich alle in Online-Prüfungen, Video, in nicht Video überwachten Online-Prüfungen miteinander austauschen, klar, wer möchte Ihnen das verdenken? Wäre ja auch total ungeschickt, wenn Sie es nicht machen würden, nicht von diesem Vorteil profitieren würden, ist meines Erachtens aber eigentlich kein Risiko. Also das ist ja was, was man halt im normalen Berufsleben auch macht. Das ist ja was, was wir künstlich unterbinden, indem wir halt sagen, Prüfungen müssen ganz unbedingt alleine durchgeführt werden. Also, dass sich Studierende in Online-Prüfungsformaten austauschen, halte ich nicht wirklich für ein Risiko. Zweite Sache ist Plagiat. Das ist definitiv schon auf jeden Fall ein Problem. Muss mal gucken, wie man damit umgeht. Da ist es, also gibt es Software, um Sachen am Ende zu überprüfen. Besser ist natürlich, wenn man sowas schon präventiv und vorsorgend irgendwie ein bisschen sich was überlegt, was dagegen hilft. Also zum Beispiel individualisierte Aufgaben. Und ein letzter Punkt, ein letztes Risiko ist zumindest an Unis, ich glaube an Schulen jetzt eher weniger, weil Schülerinnen einfach nicht so kaufkräftig sind dann, dass Studierende oder Lernende Prüflinge sich die Prüfungsleistung extern einkaufen. Ist, glaube ich, je nach Fach auch kein Riesenmarkt dafür da. Ich denke auch, dass Prüflinge sich damit dauerhaft angreifbar machen und erpressbar machen, dass das auch nicht so ein Riesenthema ist. Was ich in Schulen eher sehe, habe ich jetzt hier nicht so auf den Folien drauf. Was vielleicht ein Problem sein könnte, sind halt Eltern, ein bisschen überengagierte Eltern, die ihren Kindern dann möglicherweise in Prüfungen Vorteile verschaffen, obwohl sie es nicht sollten und dürften. Dann habe ich mal versucht, ein paar Chancen in dieser Art SWOT-Analyse aufzulisten. Also was, glaube ich, aus meiner Sicht ein großer Vorteil von elektronischen Prüfungen ist, ist, dass man eine Prüfung am Ende eines Lernprozesses durch viele kleine ersetzen kann, eher formativ statt summativ prüfen kann, dass es eher möglich ist, den Prozess, wie ist jemand auf das Ergebnis gekommen und eben nicht nur das Ergebnis an sich, nicht nur das Resultat zu bewerten. Dann, was wir in der Uni gemerkt haben, Online-Prüfungen, elektronische Prüfungen haben durchaus Vorteile in Bezug auf Barrierefreiheit. Leute können sich das beliebig großer Schriftart an einem großen Monitor anzeigen, wenn sie schlecht sehen können. Sie können sich das vorlesen lassen. Man kann Sachen sehr einfach in andere Sprachen übersetzen, für Nicht-Mutter-Sprachler. Das geht mit gedruckten Klausuren, Prüfungen viel schwieriger. Man kann eher Wert auf Feedback legen und nicht so sehr auf die reine Bepunktung, Benotung. Und aus meiner Sicht kann diese Reform der Prüfungskultur auch ein bisschen auf lange Sicht dazu führen, dass man eher mal über alternative Lehr- und Lernkulturen auch nachdenkt. Weil das ja sonst immer so ein Ding ist, also wenn Studierende sagen, warum soll ich mir irgendwie diese Computersimulation oder dieses Tool anschauen, wenn die Prüfung am Ende trotzdem nur mit Zettel und Stift ist. Es gibt ja keinen Anreiz dafür. Und dass man zum Beispiel in so Gruppenprüfungsformaten auch Kommunikation, Kollaboration erlauben kann. Da sehen wir gleich später noch ein Foto zu. Und in dem Sinne würde ich mal zusammenfassen, schon mal an der Stelle, was macht eine gute Prüfung aus? Also gute Prüfungen haben irgendwie authentische, praxisrelevante, zeitgemäße, kompetenzorientierte Aufgaben. Wo ich sagen würde, die Antworten sind nicht gut googelbar. Und wenn sie googelbar sind, ja, dann muss man auch irgendwie die gegoogelte Antwort erlauben. Weil das wäre ja auch so total absurd. Ich glaube, Jöran muss mehr als hat mal diesen schönen Vergleich gebracht. Man bekommt die Aufgabe von seinem Chef, seiner Chefin, irgendwie eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und dann recherchiert man so ein bisschen im Internet und findet halt nach fünf bis zehn Minuten eine super gute Lösung und geht dann aber drei Tage später zu seinem Chef und sagt, ja, Chef, Sie haben mir doch irgendwie die Aufgabe gegeben, hier das Problem zu lösen. Ich habe dann nach fünf bis zehn Minuten eine ziemlich gute Lösung im Internet gefunden. Aber das war ja nicht meine eigene Lösung. Deswegen habe ich mich jetzt noch mal zwei Tage hingesetzt und habe mir eine eigene Lösung überlegt. Die ist nicht ganz so gut, aber es ist immer meine eigene. Also als Denkanstoß dafür. Und ich glaube, was wir stattdessen halt häufig so machen, ist so ein bisschen so ein Straßenlampen prüfen. Also wir prüfen nicht das, was wirklich am relevantesten ist, sondern wir prüfen das, was sich einfach prüfen lässt, so wie wenn man halt seinen Autoschlüssel verloren hat, dann auch eher unter der Straßenlampe sucht, da wo es hell ist, da wo man einfach suchen kann, was aber nicht notwendigerweise die Stelle ist, wo man halt seinen Autoschlüssel verloren hat oder seinen Fahrradschlüssel. Okay, und dann habe ich mir auch einfach selber so im Rahmen der Pandemie immer wieder so Fragen gestellt, die ich mal versucht habe, hier so ein bisschen zusammenzufassen, was vielleicht eine gute Prüfung ausmacht oder was vielleicht eine schlechte Prüfung ausmacht oder eine Fragestellung, die einfach einem hilft, über das eigene Prüfungsformat, was man so entwickelt hat, über die Jahre nachzudenken. Und eine Frage wäre, wie schwierig wäre das denn, irgendwie einer Person, die überhaupt gar nichts mit dem Fach zu tun hat, zu erklären, wie man halt die Prüfung absolviert. Ja, und wenn die Antwort wäre, ja, pass auf, bei der ersten Frage musst du A drücken, bei der nächsten Frage B und bei der letzten wieder A, dann ist das total einfach. Da musst du überhaupt gar keine Ahnung von dem Fach haben. Wenn es aber so heißt, pass auf, da ist halt, du siehst da ein Diagramm und da ist eine Linie eingezeichnet und da musst du halt entscheiden, je nachdem, wie die Linie ist, musst du diese und jede Formel benutzen. Wissensbasiert versus Kompetenzbasiert wird zumindest so schnell, wie man das mal eben irgendwie runterbrechen kann. Dann ist, glaube ich, ein Punkt, den zumindest so im Unikontext viele sehr kritisch gesehen haben, dieses, oh Gott, wenn jetzt die Prüfungen online stattfinden, dann ist es natürlich für die Studierenden total einfach, hier meine Prüfungsergebnisse nochmal wieder ins Internet zu stellen und dann sind ja meine Aufgaben verbrannt, dann muss ich mir nächstes Semester andere Aufgaben ausdenken. Also wie, wenn, und dann würde ich halt sagen, ja gut, wenn deine Prüfung, die Qualität deiner Prüfung davon abhängt, wie gut und sorgsam du deinen Prüfungsaufgabenkatalog hütest, ist es halt auch keine wahnsinnig gute Prüfung. Dann ist, Punkt, der ist, der ist, glaube ich, in der Schule nicht so schlimm, an der Uni vielleicht schlimmer, Studierende kommen einfach das ganze Semester nicht, nehmen nur an der Prüfung teil. Finde ich das gut, finde ich das schlecht, kann man die Prüfung, wie einfach kann man die Prüfung bestehen, wenn man vorher irgendwie nie an der Uni war, wäre das okay für mich oder nicht? Und dann vielleicht mal so einen Perspektivwechsel zu machen, mal die Lernende zu befragen, natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wie man die Ergebnisse interpretiert, aber wenn ich jetzt meine eigene Prüfung absolvieren müsste, wie wohl würde ich mich damit fühlen? Oder würden sich die Studierenden, die Schülerinnen, die Prüflinge, irgendwas komplett anderes überlegen? Kann man ja auch auf jeden Fall mal diskutieren in einer gewissen Runde. So und damit würde ich zu dem letzten Blog kommen und einfach von ein paar Erfahrungen kurz berichten, die wir so ausprobiert haben und würde noch mal davor eine kleine Umfrage machen und klicke mal wieder auf dieses, auf diesen automatischen Fragen, Umfragen-Blog. Und Harre mal der Dinge, die da kommen. Geht schon los. Okay, dann gucke ich noch mal einmal kurz in den Chat rein. Also ich sehe relativ viele Zweien und ein paar Dreien. Okay, interessant. Okay. Keiner eine Eins. Aber immerhin auch keiner eine Vier. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Also, was wir gemacht haben im letzten, also nee, im vorletzten Wintersemester, wirklich Pandemie, Lockdown. Man konnte keine Studierenden an die Uni holen für Prüfungen. Wir haben eine Prüfung als Take-Home-Variante durchgeführt. Natürlich konnten die Studierenden sich zu fünf zu Hause hinsetzen, gemeinsam diese Prüfung lösen. Deswegen haben sie einfach alle unterschiedliche Aufgaben bekommen. Also ich habe ein Computer-Tool geschrieben, was aus unserem relativ großen und schon immer sehr kompetenzorientierten Prüfungsaufgaben-Katalog einfach individuelle Klausuren zusammenstellt, sodass die alle ähnliche Aufgaben, Themen hatten, aber doch unterschiedliche Aufgaben. Dann konnten sie miteinander kooperieren, hat ihnen vielleicht am Ende ein bisschen Zeit gekostet, vielleicht einen Vorteil verschafft oder auch ich, je nachdem, wie gut man dann halt eben auch zusammen über so Aufgaben nachdenken konnte. Haben das Ganze über unsere Lernplattform Moodle abgewickelt. Die Einreichung der Aufgaben und vielleicht das wichtigste zentrale Ergebnis, was dabei rauskam, ist der Notenschnitt, sah genauso aus wie vorher, wie in vorherigen Präsenzprüfungen. Und ich fand das sehr charmant, dass das jetzt eben alles online stattfand, dass man diese ganze Bewertung, Bepunktung, Benotung, Archivierung, Einsichtnahme und so eben auch alles online machen konnte. Im nächsten Sommersemester war die Pandemielage so, dass man problemlos wieder Leute in zumindest die Messehalle einladen konnte, dort sie mit relativ großen Abständen, aber immerhin noch mit Masken hinsetzen konnte. Wir haben dann sehr viel gefallen an diesem Open Book und Open Web Format gewonnen, dass wir gesagt haben, liebe Studis, bringt euch auch gern mit in die Messehalle Bücher mit, eurer Vorlesungsaufzeichnung, eure Übungsmitschriften, euren Computer, euer Handy. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Sie haben das dann gar nicht so clever genutzt, wie ich das gemacht hätte. Also sie haben gar nicht so viel simuliert und gerechnet damit, sondern eher als schlaues Nachschlagewerk genutzt. Aber vielleicht wichtigste zentrale Erkenntnis dabei, der Notenschnitt sah genauso aus wie früher. Ich fand das dann aber an der Stelle total nervig mit dem ganzen Papier, was man also, was vorher so vollkommen selbstverständlich war. Man hat einen Haufen Prüfungsbögen ausgeteilt und wieder eingesammelt. So wie ich das jetzt dann eben von dieser Online-Prüfung kannte, fand ich das irgendwie dann nervig, störend, aufwendig an der Stelle. Deswegen haben wir jetzt letzten Wintersemester, also im Februar, war diese Prüfung wieder sowas gemacht, im Hörsaal, Open Book, Open Web, Studierende konnten Bücher, Übungshefte, was auch immer mitbringen, ihren Computer benutzen. Wir haben die Einreichung dann aber eben online gemacht. Das heißt, alle haben am Ende ihre Lösungen abfotografiert. Alles, was danach passierte, Bewertung, Einsichtnahme, Korrektur, Archivierung, fand halt online statt. Dann kann man sich halt fragen, okay, dann brauche ich aber dafür ganz viele Aufgaben, wenn ich so Prüfungen individualisieren will. Wie mache ich das halt? Wo kriege ich die ganzen Aufgaben her? Ja, kein Problem. Man lässt Studierende oder Schülerinnen einfach selber Aufgaben entwickeln. Das machen wir einmal im Semester, hat bei uns schon so ein bisschen Tradition, munteres Klausuraufgaben, Brainstorming. Studierende setzen sich in kleinen Gruppen zusammen, funktioniert online oder in Präsenz, entwickeln Aufgaben, erstellen die passenden Lösungen dazu und sammeln das dann zum Beispiel auf einem Padlet und dann sagt man halt, okay, mindestens eine von diesen Aufgaben kommt als Motivation dafür zum Beispiel auch in der Prüfung dran. Sicher. Dann haben wir, das ist eine Idee, die ich mal von der Physikdidaktik in Berlin bekommen habe, so Gruppenprüfungen gemacht. Also es gab eine individuelle Phase, da haben die Studierenden Aufgaben gelöst und dann haben wir gesagt, okay, fünf Minuten Pause, rottet euch mal in Dreier-, Vierergruppen zusammen und dann bekommt ihr nochmal einen Aufgabenzett, aber ihr bekommt als Gruppe nur einen Zettel. Das heißt, ihr müsst euch auf eine Lösung einigen. Ihr müsst darüber diskutieren und dann passiert, glaube ich, das, was halt im Berufsleben total wichtig ist. Man muss sich nicht nur sicher sein, dass man es richtig gelöst hat, sondern man muss auch argumentieren können und begründen können, warum man denkt, dass die eigene Lösung richtig ist und dass die andere Lösung möglicherweise falsch ist aus diesem und jedem Grund. Weil man ja sonst irgendwie potenziell auf seine Punkte verzichtet, wenn man sich da unterschiedlicher Meinung ist. Gibt es auch einen kleinen Blogartikel zu, kann man sich ein paar mehr Informationen zu durchlesen. Funktioniert ziemlich gut. Dann haben wir bei uns ein Verfahren entwickelt mit personalisierten Aufgaben und damit die Studierenden, also damit dann man als Lehrperson nicht so viel Aufwand hat, das alles zu korrigieren und zeitnah individuelles Feedback zu geben. Begutachten sich die Studierenden einfach gegenseitig mit ebenso personalisierten Musterlösungen. Ist ein ziemlich abgefahrener Prozess, aber funktioniert total gut. Gibt es so ein 5-Minuten-YouTube-Video zu, wo ich da ein bisschen mehr zu erkläre und gibt es auch längere Talks und ein paar Blogartikel zu, wenn man sich da mal Sachen anschauen möchte. Funktioniert auch mit Moodle. Dann habe ich mir im letzten Jahr mal sowas überlegt, wäre halt eigentlich mal cool, wenn man eine Prüfung hätte, wo das miteinander kooperieren und sozusagen das voneinander abschreiben und dieses, ich mache mit Ergebnissen von anderen Leuten weiter, wenn das schon in dem Prüfungsformat eingebaut wäre. Also es gibt so Aufgaben, die in Teilaufgaben unterteilt sind und dann gibt es so zeitliche Runden nacheinander und dann werden immer mal die Lösungen getauscht zwischen den Studierenden und man muss halt mit dem weiterrechnen, was irgendwer anders schon mal vorgerechnet hat und man kriegt unterschiedliche Lösungen und muss sich entscheiden, mit welcher mache ich denn jetzt weiter, welche sieht denn gut aus und valide aus und welche sieht nicht so gut aus. Ziemlich interessantes Format. Dann, wenn man online so Sachen erstellen will, H5P ist natürlich cool. Habe ich hier mal verlinkt, gibt es viele Inhaltstypen, funktioniert aber nicht so gut für Prüfungen, eher so für Lernstandskontrolle. Dann ist natürlich die Frage, so bei reinen Online-Prüfungen, wie erstellt man gute Fragen dazu? Ja, wenn ich jetzt hier fragen würde, wie heißt die Hauptstadt von Zambia? Ich wüsste es auch nicht. Multiple-Choice-Frage hängt natürlich davon ab, was gibt man sonst noch so als Antwortmöglichkeiten? Wenn wir das jetzt hier so sehen, wüssten wir alle, dass das Antwortmöglichkeit Nummer 2 ist. Also die Schwierigkeit steckt nicht daran, sich gute Fragen auszudenken, sondern gute, falsche, trotzdem richtig klingende Antwortmöglichkeiten, gute Distraktoren. Was wir bei uns viel benutzen in den Ingenieurwissenschaften im MINT-Bereich, sind keine Multiple-Choice-Fragen, sondern so berechnete Fragen. Hier so einfach Ohmschitz-Gesetz anwenden, aus Zahlenwerten einen neuen Zahlenwert ausrechnen. Da kann man auch große Gruppen von Prüflingen mit prüfen, weil sich sowas natürlich automatisch sehr einfach kontrollieren lässt. Und dann kann man noch über ganz viele alternative Prüfungsformate nachdenken, wo Prüflinge, Studierende, Schülerinnen fachliche Inhalte kompetenzorientiert irgendwie wiedergeben und diskutieren und bearbeiten und analysieren. Und darüber aber auch wieder sowas wie einen Blogartikel schreiben, Video machen, Podcast aufnehmen. Und man natürlich dann auch irgendwo diese Medienkompetenz, wie sie das machen, halt mit bewertet. Ein paar Beispiele habe ich hier mal aufgeschrieben. Sowas haben wir in der Uni auch schon ausprobiert mit ziemlich gutem Erfolg. Gibt es auch ein Projekt WeDoMath, was mal von der EU und ich glaube auch von BABF kofinanziert wurde, wo Schülerinnen wirklich im Schulkontext Mathe-Videos selbst erstellen. Da brauchen wir auch gar nicht wir. Das ist eine super teure, abgefahrene Kamera für. Auch mit so ein bisschen Heimmitteln kann man aus dem Smartphone, wenn man jetzt so ein klassisches Erklärvideo mit einem Aufschrieb machen will, sich ein sehr schönes improvisiertes Kamerastativ bauen und damit tolle Videos machen. Und so Blogartikel-Geschichten zum Beispiel, ja, haben wir an der Uni gemacht, dann gerade im Master mit weniger Studierenden. Hier haben Studierende mal ein so ein selbstfahrendes Auto gebaut im Modellmaßstab und haben dann wöchentlich über ihren Fortschritt immer einen kleinen Blogartikel geschrieben und den auf einem Workplace-Blog veröffentlicht. Oder wir hatten mal eine Gruppe, die hat ein Messtechnik-Seminar belegt, hat da selber verschiedene Sachen ausprobiert und die haben dann immer regelmäßig mal darüber getwittert, was sie da so machen. Das ist natürlich total cool, weil man dann halt Diagramme, Messergebnisse da reinbauen kann, kleine Videos davon, Fotos hochladen kann und das sehr schön mal auch ein bisschen für die Außenwelt darstellen kann, was da so passiert dann in der Uni, in dem Unterricht. Okay, und damit bin ich erst mal am Ende, stoppe damit auch mal die Aufzeichnung.